Herr Command Sergeant Major Doyle, sehr geehrte Soldaten vom 2nd Cavalry Regiment, liebe Gäste, im September 2023 ereignete sich auf der Autobahn 72 ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Den Verletzten uneigennützig erste Hilfe geleistet. Dafür möchten wir diese Soldaten heute in dieser Feierstunde ehren. Danach werden wir einen kurzen Rundgang durch meine Dienststelle machen und im Anschluss lade ich Sie zu einem kleinen Mittagsindes hier in diesem Raum ein. Ja, und weil die Stadt Zwickau eine der Keimzellen der deutschen Automobilindustrie ist, werden wir Ihren Besuch in Sachsen mit einer Besichtigung des Forschmuseums abschließen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, in Vorbereitung dieser Veranstaltung habe ich mir auch Gedanken gemacht, unter welches Motto ich diese Veranstaltung stellen möchte. Und ich bin relativ schnell darauf gekommen, dass dieses Motto zu Gast bei Freunden sein soll. Lassen Sie mich ganz kurz erläutern, warum ich dieses Motto so passend finde. Erstens, ich bin gedanklich in das Jahr 2010 zurückgegangen. Damals war ich auf Einladung des US State Departments im Rahmen des International Visitor Leadership Program drei Wochen in den USA. Also damals war ich auf Einladung des US State Departments für drei Wochen in den USA und habe dort an dem International Visitor Leadership Program teilgenommen. Dort habe ich unter anderem das Pentagon in Washington und US State Departments in Tampa besucht. Und an allen Stationen bin ich als Freund mit einer enormen Gastfreundschaft empfangen worden. Ja, insofern freue ich mich besonders, etwas von dieser Gastfreundschaft heute an Sie zurückgeben zu können. Ja, zweitens habe ich dieses Motto gewählt, weil Sie ohne Zögern Menschen in Not geholfen haben. Und das tut man nicht, wenn man sich als Feind gegenübersteht. Ja, und drittens möchte ich einen Aspekt ansprechen, der mir in Zeiten, in denen die internationale Sicherheitsarchitektur ins Wanken gerät, besonders wichtig ist. Eng mit diesem Aspekt ist die Frage verbunden, warum Sie, deren Heimat viele tausend Kilometer im Westen von hier liegt, hier in Deutschland sind und damit bei einem Verkehrsunfall in Sachsen Hilfe leisten können. Ja, diese Frage ist aus meiner Sicht relativ einfach zu beantworten. Sie leisten als amerikanische Soldaten hier in Deutschland einen wichtigen Beitrag für die Stabilität und die Verteidigungsfähigkeit der westlichen Werteordnungen. Gestatten Sie mir an dieser Stelle, dass ich mich nicht nur in meiner Rolle als Polizeipräsident hier in Zwickau, sondern auch ganz persönlich für Ihren Dienst an unsere Sicherheit bedanke. Ja, I extend a warm welcome. Thank you. So, guten Morgen, Mr. Fredetti. Holler sei, Präsident Lichtenberger. Obertsleutnant. Kosovo. Liebe Damen und Herren. Die Wunderschöne Stadtwicker und Deutsche Freunde. I am Command Sergeant Major Dennis Doyle, the 2nd Cavalry Regiment Command Sergeant Major of these fine Soldiers right here. On behalf of the United States Army of Europe and Africa and the soldiers of the 2nd Cavalry Regiment that are stationed here in this beautiful country in Germany. I just want to say that we are honored for your invitation to here to Zwickau and representing the true meaning of selflessness. As any decent human being would do in a situation that required the help of others, these soldiers acted immediately without hesitation to render aid to others in dire need of help on that tragic day. Thankfully, these soldiers are actually trained in life-saving skills, some of them which are combat army medics, that were able to help render the proper care until the German first responders arrived. Lastly, I just want to say thank you and take a moment and say thank you to all the first responders in the German and the Polizei, all the way to the Feuerwehr, for everything that they do every single day here in Germany. They place themselves selflessly in the needs of others before themselves. For that, we are thankful for this and our friendship here in Germany and vielen Dank. Sergeant Morgana, I thank you for your first response to your political response and I thank you for your first response. Thank you and I thank you. Sergeant, I thank you for your first response. Vielen Dank. Thank you for the recognition given to us. From all of us from 2CR, we are gratefully humbled, and thank you for all the gifts and recognition you've given us. Thank you.